Open Graffiti ist die nächste Gruppe, die sich jetzt hier vorne so langsam einfindet. Vielen Dank. Okay, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, wenn ganz, ganz viele Informatiker auf einem Haufen hocken, dann hat man die meisten technischen Probleme. Wow. Ja, herzlich willkommen. Wir sind Open Graffiti. Hannes, Joshua und ich, Torben. Und genau, wie sind wir auf unser Projekt gekommen oder zur Idee? Wir haben uns gedacht, man möchte sich ja künstlerisch ausleben und in Form von Graffiti auch zum Beispiel. Und das ist halt an öffentlichen Wänden relativ schwer, weil man eigentlich nirgendwo legal sprayen darf. Und genau, dann haben wir uns gedacht, okay, was können wir machen? Man könnte natürlich immer irgendwas beantragen, aber das ist echt, ja, macht eigentlich wenig Sinn. Und deswegen haben wir uns gedacht, lösen wir das und zwar mit Augmented Reality. Genau, was ist das? Das wird jetzt Hannes erklären. Ja, genau. Also, Augmented Reality bedeutet, dass man in die Realität digitale Objekte hineinrendert. Also, es gibt eine Software, die überprüft, wie ist die Umgebung aufgebaut, wo sind Flächen, wo befinden sich Objekte und dann wird berechnet, wo würde sich jetzt ein dreidimensionales Objekt hier in dieser Umgebung befinden. Das Ganze haben wir realisiert mit ARCore, das ist Google. Die haben da eine Software entwickelt, die schon sozusagen für ein Wende detectet und eine mehr oder weniger vereinfachende Sprache, aber dazu später nochmal was. Ja, wir haben programmiert in Android Studio, weil es natürlich eine Android App ist, sie läuft auf dem Handy. Die Grafik haben wir mit OpenGL gemacht, das ist sozusagen einfach Grafikkartensprache und als Grundlage für unser Projekt haben wir nochmal ein ähnliches Projekt genommen, an dem wir uns orientiert haben und in dem konnte man halt Linien in die Luft zeichnen. Das wollten wir natürlich nicht, wir wollten, dass man dann Wände zeichnet. Was wir jetzt für Probleme hatten bei der Umsetzung und welchen Herausforderungen wir uns stellen müssen, das jetzt. Genau, wir wollten ja an Wände sprayen und die Challenge war dann natürlich erstmal Wände zu erkennen. Und das ist in dieser Library jetzt schon gegeben, also wir haben relativ leicht, also im Endeffekt war es leicht, aber wir haben einen langen Weg dahin gehabt, es hinbekommen Wände zu erkennen. Und genau, jetzt war eben die zweite Aufgabe oder die zweite Herausforderung, diese Graffitis, die ja sozusagen 2D sind, in den dreidimensionalen Raum zu bekommen und gleichzeitig aber auch an die Wand. Das heißt, wir hatten teilweise, also sehr lange bis heute Nacht um, weiß ich nicht, 5 noch oder so, das Problem, dass die Graffitis, also was halt solche runden Sprays waren, sozusagen senkrecht zur Wand standen. Und das war jetzt physikalisch halt nicht ganz richtig und das hatten wir halt bis heute fast nicht hinbekommen, aber heute noch geschafft. Und deswegen können wir euch jetzt tatsächlich auch eine Demo zeigen. Ich wollte noch ganz kurz sagen, AR-Core, also insgesamt Augmented Reality, ist ja relativ neu und es wird auch unterstützt auf Android-Handys, aber leider erst auf sehr, sehr neuen. Und wir hatten wirklich Probleme, ein Test-Handy dafür zu bekommen, mussten dann irgendwie mit ein paar Tricks das auf älteren Handys installieren, aber es hat uns auch Probleme bereitet. Und jetzt, sorry fürs zu lange reden, jetzt kommen wir zur Demo. Ja, hier sehen wir die App, wunderschön. Ja, wir haben eine Kamera und wir sehen auch etwas. Tatsächlich unten in der Ecke sehen wir so ein kleines Stift-Tool. Ja, da kann man die Farbe auswählen, bitte erdenkliche. Und dann sehen Sie schon hier diese Punkte auf dem Boden, das bedeutet, unsere Software hat eine Fläche entdeckt und auf der können wir jetzt zeichnen tatsächlich, indem wir auf das Display drücken und dann einfach einen Farbstreifen ziehen. Wunderschön. Und jetzt können wir sogar mit unserem Zeichen-Tool unten in der Ecke auch die Farbe ändern. Welche Farbe? Welche Farbe sieht hier aus? Lila. Lila. Komm, mach Lila. Ries ist gemischt. Wow. So, ja, und jetzt können wir hier fröhlich weiter sprayen. Ja, also wir haben uns jetzt für den Boden hier entschieden, weil es gab ein paar kleine Probleme mit Wänden. An sich funktioniert es, aber viele Wände werden nicht erkannt, weil die zu eintönig sind und irgendwo ran muss sich halt die Software orientieren, damit sie weiß, ist das jetzt eine Fläche oder ist das irgendwas anderes. Das ging bei Wänden schwer. Ja, ja, dann kommen wir noch zum Ausblick. Weil, ja, wir hatten zweieinhalb Tage Zeit und da konnten wir natürlich nicht alles machen, was wir vorhatten. Wir haben ewig daran gesessen, das überhaupt irgendwie zum Laufen zu kriegen und da fehlt natürlich einiges. Zum Beispiel hatten wir geplant, vielleicht unterschiedliche Aufsätze zu machen für unterschiedliche Liniendicken oder unterschiedliche Muster. Wir haben überlegt, Schablonen zu machen für gerade Linien oder zum Beispiel auch die Sachen zu speichern. Wenn man jetzt die App schließt, ist es halt weg. Ist halt so. Also, das hätte man natürlich auch noch machen können, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Vielen Dank, dass wir euch zuhören durften. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.